Hallo Fans, ich bin Julian Riedl, der erste Neuzugang, bin 21 Jahre alt, bin linker Verteidiger und freue mich auf die Saison. Ich denke, das ist eine Truppe, die Fußball spielen will, die oben angreifen will, hat super Fans, ist ein emotionaler Klub, der lebt den Verein und da steckt einfach Power hinter. Ich denke, ich bin schnell, ein dynamischer Spieler, bin technisch gut ausgebildet und zweikampfstärk und habe eine gute Spielübersicht. Es war in der Europa League, das 1-0 auch zum End stand und es hat alles gepasst in dem Spiel. Was war das für ein Gefühl, in der Europa League aufzulaufen? Es ist natürlich eine Traum in Erfüllung gegangen, ich denke, darauf arbeitet man hin, bei dem Klub, wo ich auch lange gespielt habe und es war ein super Gefühl. Gegen Preußen zu spielen war damals in der Regionalliga immer etwas ganz Besonderes, da war man besonders heiß und motiviert. Meistens immer mit der größte Kulisse gewesen und da war immer Brisanz drin, für die Preußen ging es immer um Aufstieg und es hat immer richtig Spaß gemacht. Kulisse! 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 Kulisse!